befinden uns in den bergen von elden ziemlich am rand oben nördlich und hier gibt es den maiakuk schrein ost ehumpo hochebene ok was auch immer die zu ehumpen wollen hier wieso bin ich jetzt blöde also es ist erst zwei keine ahnung flüchtiger fall auch die bahn und dann gehe ich ganz schnell runter und dann gucke ich bis die kugel ankommt und dann drücke ich wenn die kugel da ist ganz schnell das fucking easy ja ich kann jetzt hier einfach über flate haten so noch mal so was schönes oder diesmal anscheinend etwas komplikateter wasser das gefällt mir gar nicht noch höher scheiße alter also ich weiß was ich zu tun aber ich finde es nicht gut damit ich mir mehr zeit erhaschen kann das vermutlich schlau wenn man sagt hey wo ist das ding welches ich hauen muss da oben oh gott ich weiß was passiert passiert ist er ist ganz zurückgegangen richtig ja das heißt okay ja das habe ich natürlich nicht bedacht ja ja Versuch's mal ohne Zeitdings, ob das überhaupt möglich ist. Okay, es ist möglich, aber doch finde ich recht schwierig. Kannst du mir einfach, obwohl, warum soll ich's mir einfach machen, was soll's. Oh fuck. Well, ähm, ja, der Paraglider, soll ich sagen, der Paraglider wollte nicht so richtig raus. Deswegen soll man wahrscheinlich im Wasser landen. What? Jetzt soll ich die ganze Schreifahrt machen? What? Wirklich? Wieso das denn? Ach, come on, das ist doch doof. Also, wenn man, wieso soll man Rätsel, die man schon gelöst hat, nochmal lösen? Ach, ist das doof. Oh Gott, ich bin so selten in einem Schreien gestorben, dass ich das gar nicht wusste, dass das so ist. Das ist ja richtig räudig. Was soll denn der Schwachsinn? Oh Mann. Oh Mann. Danke für gar nichts. Muss ich jedes Mal diese Kacke wieder machen, wenn ich mich da kille. Wobei es ja hier doch recht wahrscheinlich ist, dass man mal stirbt, wenn man daneben fällt oder sonst was. Au. So. Jetzt folgen wir's. Ich halte jetzt den Schrein hier ein bisschen. Stein. Hier ein bisschen halten. Wie lange läuft das Ding? 30 Sekunden? Müssen wir wohl ein bisschen länger warten jetzt erstmal. Aber ich habe zwischendurchので, dass es etwas Rätsel ist. Hier sind noch die ganze Kacke. Oh Gott, wir werden hier auch noch. Oh Gott, hier sind die Kacke, die Kacke. Also, die Kacke zu machen ist. Oh Gott, ich bin schaffe. Ich据ere mal alles. Also, ich glaube, der Kacke ist nicht. easy einfach mit dem Zeit Tool gecheased ja das wollte ich zwar eigentlich vermeiden aber achso ich habe noch die Truhe gesehen ja stimmt ja diese könnt ihr deswegen ist ja das Wasserbecken dort finden damit die arme Holztruhe das auch überlebt darf sie hier ins Wasser fallen wahrscheinlich auch nur Käse drin nein ausnahmsweise mal kein Käse und mein Fall kriege ich sogar wieder Wahnsinn easy also bis auf dass ich beim Tod ganz von Anfang wieder musste fand ich den Schrein eigentlich gut aber das mit dem dass ich das hier erst wieder nochmal machen muss keine Ahnung das ist ja doof keine Ahnung das ist ja dumm das ist auch nicht sagen wir mal nicht so sinnig auf noch va bei wir wir Vielen Dank.